Bis in die 1950er Jahre hinein war der großherzogliche Frühstücksplatz in Objeva umgeben von Hohenweistern und war Rückzugsort für eine der größten Reierpopulationen im Nordwesten. Dann wurde die Fläche von den Briten für die Startbahnerweiterung abgeholzt. Der kulturhistorische bedeutsame Ort, der heute inmitten des Fliegerhorst-Geländes liegt, war Geschichte. Und die soll nun wiederbelebt werden. Am Mittwoch hatte der Verein Objeva-Liebich Freunde des Forstes Objeva mit Revierförster Carsten Friedrich Streufert an der Spitze, gemeinsam mit dem Kommandeur des Objektschutzregiments der Luftwaffe Friesland, Oberst Oliver Walter und der inzwischen 95-jährigen Ruth Lieblich, Tochter des ehemaligen Försters Richard Lieblich, den Grundstock für ein neues Wäldchen gesetzt. Der historische Platz liegt heute am östlichen Ende der Startbahn auf freier Pläne. 13 Eichen haben der Verein, die Objektschützer und die hochbetagte, aber rüstige Förstertochter kreisförmig gepflanzt. Spindeldöhre, Stöckchen, die noch gestützt werden müssen, und die erst in einigen Jahren zu kräftigen jungen Eichen heranwachsen.